Wir brauchen noch drei saubere Sektoren in Folge, das heißt im besten Fall eine richtig nice saubere Runde. Saubere Runde hab ich... Oh, what? Welcome back, ihr Krasse und Dings und willkommen zu einer weiteren Folge Project Krasse 3 in der Karriere. Leute, heute fahren wir den wunderschönen Aston Martin auf einer wunderschönen alten Strecke, obwohl auf einer alten Strecke, nämlich... Oh, wie heißt sie denn nochmal? Ich muss ablesen, es ist französisch, ich kann mir das hier merken. Ruin-Lé-Essard. Leute, von 1955 bis 1970 wurde diese Strecke befahren. By the way, was ich echt schade finde, wir sind jetzt so oft mittlerweile diesen großen Kurs gefahren, aber eigentlich würde ich auch gern mal die kurze Strecke fahren, weil die gibt es ja auch im Spiel. Und da gibt es auch so einen kleinen interessanten Punkt, denn da, wo die Strecke richtig breit und offen wird, da gibt es so in der Mitte der langen Geraden einfach mal, ja, kompletten Cut. Und dieser Kurs, der da nochmal zusätzlich hingemeißelt wurde, das ist tatsächlich 100% Rennstrecke. Das ist wirklich ein... Ja, das wurde wirklich nur gebaut, dass nur Rennautos dort fahren, in einem Rennen. Und es ist keine normale öffentliche Straße. Aber sonst drumherum alles ist öffentliche Straße, nur diese Kurzanbindung halt nicht. Sehr interessant. Und sind wir, glaube ich, noch nie gefahren. Sehr schade. Aber kommen wir zurück zum Auto. Aston Martin, DBR 1 Slash 300. Natürlich gab es auch noch den, äh, Ferrari 205 Testarossa. Aber ich dachte mir, es ist ein Highspeed-Kurs. Da müssen wir auch ein Auto nehmen, was ein bisschen Highspeed unterwegs ist. Und diese Farbe, oh Mann, die ist wirklich super. Ich meine, in einer Beziehung gibt es ja diese drei magischen Wörter, wenn man sich richtig gern hat. Aber wenn man mich fragen würde, ist es bei mir British Racing Green. So heißt die Farbe. Super nice. Achso, by the way, fun fact. Obwohl, nee, das kann ich im Rennen erzählen. Übrigens, Ferrari, älteres Modell, schlechtere Daten, ist aber auch ein älteres Modell. 138.000 gegen einem leicht aktuelleren Aston Martin nur 90.000. By the way, oben, unser Kontostand 532. Das ist ziemlich traurig und wenig. Nun, wir gehen rein. Es wird ein Riesenhit. Achso, ich habe jetzt nicht auf das Wetter geachtet, aber jawohl. Es ist trocken. Sehr schön. Und hier ist ja diese Highspeed, sehr wahrscheinlich, äh, Vollgas-Rechtskurve. Setup. Nun, nehmen wir. Schwierigkeit. Nehmen wir. Jetzt ist die Frage, ist Auto-Klatsch drin oder nicht? Ist draußen. Sehr gut. Brauchen wir auch nicht. Dann gehen wir mal rein. In den Hall. Dieses Grün. Oh, der rote Zeiger, der hat richtig Bock. Die rote Nadel. Aber die bleibt immer am Drehzeit-Peak stehen. Das ist ein schönes Detail vom Spiel. Gut, das kam mir gerade mit Speed an. Und holy shit, wir haben gleich gerade runtergebremst. Was ist denn hier für eine, für eine, für eine Sonntagsfahrt? Das war's. I nicht. Das ist Zeit. Das war der Passag. kam es wunderschön erkenntnis der rossers ein hohes rücklicht während die erstens zwei tiefliegende rücklicht haben obwohl gerade bei krester röster sind die leute haben lustigen effekt warum krester röster test daraus heißt weil sie mit so hat erfunden hat was soll ich halt sagen die quatsch da gibt es einen richtigen kunden dahinter dass der röster heißt auf deutsch übersetzt der rotkopf die einer einfach gedreht kompakt die bedeutung dass im motor die die ventilköpfe rot sind die ventilköpfe von dem test heraus dass er droht das heißt dass der röster als jetzt nicht so das spannendste aber die story die man sich auf jeden fall merken kann das wird irgendwie immer falsch an wie ich schalte jetzt jetzt wieder und vielleicht auch bei den tieferen gängen weniger speed das leichte nach vorne schneiden vom auto dass das 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 hört und fühlt sich einfach immer falsch an und egal ob ich es richtig oder falsch mache es ist es hört sich falsch an aber anscheinend war es damals so dass das dass die gänge sich so schalten äh haben lassen haben lassen tun hätte wäre wenn das schnallt man nach vorn wenn ich geschoben werden das ist tatsächlich gar nicht gesehen aber gut das ist das herausarbeiten euch mal drauf weil wir nur gesehen ah ruhen leser ok hier geht es fiel geradeaus dann nehmen wir auch was was fiel geradeaus fahren kann das zwischengase ist schön das macht hier echt spaß wieder einmal draufhauen die prinzipie musste da nicht sein oh gott was sagen eigentlich unsere herausfragen brauchen noch sektoren top speed haben wir schon das heißt die sektoren wir sind in der zweiten runde schon ich wollte sagen wir sind in der zweiten runde schon fünfter aber ne wir sind in der zweiten runde schon erster oh und wir sollen auch einfach mal schalten jetzt heißt es oh ferrari kommt aber gut wir hatten auch wir haben auch sehr viel momentum verloren weil wir einfach nicht geschaltet haben mal jetzt tag team mayonaise und ketchup vereinen sich um britisch racing green zu schlagen wohnen hier ist einfach eigentlich senf ah was ist denn da los ich konnte nicht mehr ich konnte nicht mehr da irgendwelche zu schnell waren ich wollte natürlich nicht abbremsen dass auf die lange gerade zu geht leider luigi oh gott mir einfach fast gegen den leitflag gegrattert oh luigi macht stress luigi ist weg schön gas geben in der kurve damit das hier schön einlenken tut das ist echt ich schicke das nicht nicht das weil die so am schwanken sind die alten autos aber bei vielen rennspielen musst du mit alten autos wirklich gas geben in der kurve wenn du die richtige schwierigkeit natürlich hast damit du rumkommst komm in erster der kurse ist es ja auch so wenn es in erster der kurse so ist dann ist es glaube ich würde ich jetzt mal überhaupt dass es dann relativ akkurat ist und das ist halt wirklich so wahr welche kurve habe ich eigentlich noch nicht gemeistert das könnte die erste sein weil dadurch jetzt immer kontakt mit anderen fahrern meine schisser kurve ich traue mich da einfach nicht vollgas rumzufahren oder oder halbwegs schnell aber wenn du einmal diese heubein erwischt ist einmal der autoripp also also mache ich nichts mehr gegen und für die nächste runde gibt es dann halt immer auf der strecke und das ist halt ehlehrig ausweichen währenddessen die ki das nicht als objekt oder als ausweich objekt irgendwie sieht einfach voll dagegen juckelt und einfach alle sterben aber war schon nice dass wir in so einem fundraiser äh so eine alte strecke hier dabei haben beim project 1 2 kann ich noch bestehen es kam ja in project 2 dazu glaube ich oder sogar schon project 1 ich glaube in project 1 kam hat das dlc und project 2 war es halt schon stand konnte und project 3 wollen sie es nicht rausnehmen jetzt ist die frage baum haben sie ja ein spa und lemon rausgenommen die schweine aber was mir noch wünschen würde einfach noch mehr einfach so ein band und so ein band classic tracks classic cars wo es dann wo eine strecke die wirklich also die eigentlich hammer lame ist aber auch aber so rennen historien mäßig schon interessant war die strecke mit der wall of death also mit der richtigen wall of death also mit der richtigen wall of death nämlich der alte abus abus ring nennen wir das abus ring schön auf von autobahn drehen autobahn zurück und dann in eine ich glaub wie viel grad hatte die 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 abus kurve ich glaub das doppelte von von so von von daytona was ist das jetzt so 32 grad mehr oder 32 grad an an banking dann so alte und was ich auch wirklich vermisse also wirklich also ich will endlich mal so alte autos haben wie von auto union so alte oder so sterling mosse era obwohl dieses auto wurde auch von sterling mosse bewegt und halt von carol shelby unter anderem auch in le mans die sie eigentlich immer irgendwie unterlegen waren das erste erste in dem auftritt ein auto dnaf raus motorschaden weg dann kam sie wieder mit drei autos und dann wieder drei autos auch die drei autos ja technisch versagen und weg dann im letzten jahren was auch unser modell jetzt ist von 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 59 äh haben sie dann ja doppelt also als zweiter und erstplatzierter gewonnen einer der erstplatzierten fahrer war sogar carol shelby sogar in der satten äh eine runde führung gewonnen hat mit wenn man so hat die jahre davor hat es in le mans einfach nie geklappt aber es gab immer oh Gott bin ich hier in der 4 es gab immer einen streck wo es immer geklappt hat und das war die nordschleife also genau gesagt 1000 kilometer rennen vom nürburgring aber das damals die grand prix strecke nicht gab war es die nordschleife und dort haben sie halt immer gewonnen drei jahre hintereinander und zweimal äh mit sterling moss am steuer leider ist das sterling moss letztes jahr oder vorletztes jahr verstorben aber sieht man da sieht man mal sowieso wie also erst mit solchen autos aus 59 gefahren aus 1959 wenn man sich jetzt ich sag mal jetzt die formel 1 anguckt oder oder lmp klasse wc klasse was was die autos für den technischen sprung hinterher hingelegt haben das ist wirklich verrückt das ist das wirklich verrückt naja auch in der letzten kurve fahr ich da nicht schnell um die kurve hasse ich die kurve kiemlich hin das ist einfach wirklich zu viel schiss vor also übrigens nach 59 haben die sich dann aus dem wie nennt man das wie hieß der auto marken äh weltmeisterschaft automobilweltmeisterschaftsrund gezogen um dann obacht sich in die formel 1 sich in die formel 1 mit einzugliedern und dann hörten sie damals auf und jetzt sind sie wieder in der formel 1 mit nem wunderschönen british racing grünen mercedes boliden spring an oh gott the big one ich hab kurz angst gehabt wie für sounds also ich fühl's aus weil das auto nicht anspringen wollte aber das verrückte was ich immer noch so ein bisschen gruselig finde das auto springt nach der zeit von selbst an man kann es nicht man kann es nicht selbst steuern man hat keine zündung und sowas als als tastenbelegung sondern man muss einfach vertrauen dass das spiel checkt auto aus wir machen auto an uiuiui nun dann speichern wir mal den bums haaschen wieder zurück von der ich habe gesagt helfen wir haben ist ja in der 6 drin aber bei so logitech schiff das ist so wenn du den 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 schalter herunter drückt und dann in die 6 gehst dann ist er im rückwärts sehr verrückt da war natürlich ein langes rennen ich meine schnelle strecke mit jetzt nicht so vielen runden aber schnelle strecke mit langsamen autos wird dann auch wieder zu einer langsamen strecke oh hins harold friedrich der dritte er ist achter geworden schmutz he 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 das galen ferrari diese diese enormen äh äh sidepipes schöne auspuffanlage die einfach seitlich raus geht ob carol shelby damals davon inspiriert wurde wo dieses auto gefahren hat weil jedes shelby auto oder haben doch diese extrem männlich rausragenden sidepipes hey meisterin mehrfach ruhen nett und wir kriegen wieder geld das ist super nett oh wir kriegen doppelt geld das ist super super nett nett ja ja super super nett nett nicht verwechseln mit dem truthahn oh ja das ist nice bringt uns aber nichts da wir in einladung und herausforderungen äh äh ne in der regel nichts upgraden dürfen deshalb schenken wir uns diesen upgrade rabatt nun ach dieses auto ey jetzt in diesem Licht sieht es nicht ganz so majestätisch aus von der Farbe aber wenn wir aber wenn wir ach nee egal würd ich racing green googeln hintergrundbild festlegen und ab auf geht's ab geht's nun Leute dann würde ich mal sagen wir haben 65.000 ich glaube ich muss heimlich nochmal ein paar rennen äh nochmal wiederholen damit wir wieder geld kriegen ich hab ja auch vor dieser aufnahme nochmal das sunfort rennen ne 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 das solderen mit dem m1 broker von bmw nochmal wiederholt um die eine herausforderung zu schaffen die wirklich knifflig war ich musste zweimal das rennen durch starten weil ich einfach die linie nicht getroffen habe für diese äh was waren das 9 von 9 perfekten kurven die ich da meißeln musste und diese eine haarnadel die war ja die war tricky und dann würde ich mal sagen äh Leute wenn es euch gefallen hat lasst gerne positive wettungen da und ich bin immer raus haut rein bye bye and have a great time bye have a great time